Hey Leute, ich bin Zwilling und heute stelle ich euch mal wieder eine weitere coole Map in Minecraft vor und zwar diesmal 10 Wege, um eure Base zu schützen. Und das Coole jetzt hierbei ist, das ist jetzt keine Map, wie ich euch ja schon ein paar Mal vorgestellt habe, irgendwie so die sicherste Base mit ganz vielen Mobs außenrum, dass man halt nicht in die Base kommen kann, sondern das sind jetzt 10 Wege, die man auch theoretisch im Survival bauen könnte, einfach um eine Base zu schützen. Und das Ganze ist natürlich extrem cool gemacht, schaut es euch einfach mal an und ja, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst jetzt schon mal gerne eine positive Bewertung da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, hier haben wir eben unser kleines Haus, unsere kleine Base und da kommen jetzt gleich mal 10 Wege rum, 10 Arten, dass man die Base nicht angreifen kann und das Ganze, wie gesagt, im Singleplayer möglich, nur würde es natürlich auch ziemlich lange dauern, wenn man das halt alles per Hand macht, aber es ist halt theoretisch möglich und wir gehen jetzt hier erstmal rein, ganz einfach durch den Knopf hier, können wir in das Haus rein, in diese Base und hier unten haben wir erstmal ein paar Tegel. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet und ich habe hier natürlich auch, okay, eine kleine Info, fälle den Baum. Und das liegt daran, ich befinde mich in einer der neuesten Versionen, also in der 1.12 Pre-Release 5 und ja, wir haben hier dann noch einen kleinen Schlafraum mit einem blauen Bett, auch neues Feature, dann eine kleine Truhe, einen Braustand, dann noch eine Endertruhe, also alles, was man hier zum Überleben in so einer Base braucht. Und dann haben wir hier erstmal alle Features, das heißt, ich kann jetzt hier, indem ich mal den Hebel aktiviere, einfach alle Features aktivieren, um halt den bestmöglichen Schutz bei dieser Base hier zu haben oder ich kann halt alle einzeln aktivieren, nacheinander, je nachdem, was ich halt alles auswählen möchte. Und dann haben wir hier noch zwei andere Features, aber dazu komme ich auf jeden Fall auch mal gleich. Und ja, ich würde sagen, wir aktivieren aber alles gleich mal am Anfang. So, und dann zeige ich euch ganz kurz mal, wie es aussieht. So, ich mache das hier mal ganz kurz kaputt, dass ich auch auswählen kann. Und so sieht es schon mal aus. Also wir haben hier auf jeden Fall viele Features. So, und wir gehen aber ganz kurz mal wieder rein. So, machen es mal wieder weg. Und wir gehen das alles mal nach der Reihe durch. So, da ist es wieder weg. Die Lava geht da vorher unten auch noch weg. Und wir fangen als allererstes mal mit dem TNT an. So, drücken wir mal auf den Knopf. Und hier haben wir jetzt TNT bekommen. Das Ganze geht wirklich ziemlich easy eigentlich. Also wir haben hier erstmal Obsidian natürlich drumherum. Dann haben wir hier TNT und eine Eisendruckplatte. Und sobald ich hier drüber laufe, das Ganze ist natürlich auch nicht nur für Spieler gedacht, sondern auch für Mobs, dann wird sich das TNT aktivieren. Und dann habe ich hier einfach, ja, dann kommt eine Explosion. Und das Ganze wird natürlich auch nicht zerstört. Ist natürlich Obsidian hier alles. Und dann natürlich können wir uns das Ganze nochmal anschauen. Was mich auch interessieren würde, habe ich selber noch nicht gesehen. Wir können das ganz kurz mal im Game of 3 anschauen. Und hier unten sieht man schon, oh shit Leute, hier wurde auf jeden Fall echt viel mit Command-Blocks gemacht. Und das ist auf jeden Fall, ja, schon mal die erste Protection. Aber es geht natürlich auch noch cooler und krasser. Deswegen, wir aktivieren mal gleich die zweite. Und zwar, so, das Obsidian hier. Und das ist schon mal eine riesige Obsidian-Schutzwand mit natürlich unter anderem Dispensern, wo später Pfeile rauskommen. Lava, dann auch noch Spinnnetze, nochmal Feuer hier oben. Und ein paar Türme, wo später auch noch, ja, was reinkommt. Was genau, werdet ihr auch dann sehen. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig coole Schutzwand. Aus drei Obsidianen, glaube ich, genau besteht die. Und, beziehungsweise, ich glaube mal, geht es bis ganz nach unten. Okay, hier oben befinden sich Magma-Blöcke, nochmal mit Feuer drauf. Das heißt, die machen natürlich auch nochmal ein bisschen Damage. Und so, das Feuer kann ich natürlich nicht mehr nehmen. Aber auf jeden Fall eine, ja, coole Schutzwand für den Anfang. Und dann können wir gleich mal wieder so hier reingehen. Und das nächste aktivieren. Und das ist hier der Kaktus, beziehungsweise die verschiedenen Kakteen. Und das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Für Spieler natürlich absolut nutzlos. Da man einfach die Kakteen mit einem Schlag abbauen könnte. Man sieht es hier. Und die sind direkt kaputt. Aber Mobs auf jeden Fall werden daran sterben. Die meisten Mobs zumindest, die halt dann einfach dagegen laufen und nicht mehr weggehen. Aber ich frage mich eh schon, welcher Mob kommt hier denn durch. Also ich weiß nicht, muss auf jeden Fall schon ziemlich starker Mob sein. Und auf jeden Fall haben wir hier verschiedene Kakteen. Und sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Und passt auf jeden Fall auch dazu. Und dann können wir gleich mal weitermachen. So, mit diesen Magma-Blöcken hier. Und hier haben wir Magma-Blöcke. Und die sind glaube ich insgesamt genau vier breit. Und die machen nicht so viel Damage. Aber auf jeden Fall, wenn man da nochmal zum Beispiel mit dem Bogen da oben steht. Dann könnte man auf jeden Fall auch den Gegner noch abschießen. Aber man kann hier einfach easy drüberjumpen. Und das Ganze bringt nicht wirklich viel. Aber auf jeden Fall trotzdem ein weiterer Schutzweg. Den man halt natürlich auch im Survival-Modus machen könnte. Und dann gehen wir gleich mal weiter. Und aktivieren mal den Soul Sand. Und Soul Sand, denke ich mal, kennt jeder. Man ist einfach extrem langsam. Das heißt, man springt hier erstmal drüber. Und dann kommen da später auch noch Pfeile raus. Die auch extrem stark sind. Und dann kann man hier erstmal extrem langsam laufen. Bis man hier erstmal ist und was abbauen muss. Beziehungsweise kann. Und ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Hier wirklich ringsrum. Nur Soul Sand. Auf jeden Fall eine große Fläche. Und dann gehen wir gleich mal weiter. So. Und ich glaube mal, hier müssen wir rein. Genau. Und dann können wir mal die Pfeile aktivieren. So. Die Pfeile sind jetzt auch aktiviert. Und jetzt werden zum Beispiel an allen Seiten immer abwechselnd die Pfeile rausgeschossen. Das heißt, jetzt kommt es gleich auf der Seite. Jetzt auf dieser Seite wieder. Jetzt auf dieser Seite. Das heißt, ringsrum werden die Pfeile dann abgeschossen. Warum alle auf einmal, weiß ich auch nicht. Aber das sind auch Feuerpfeile jetzt. Weil natürlich auch Lava nebendran ist. Und ich weiß nicht, ob man auch überall Lava dran machen könnte. Ich glaube schon. Aber so sicher bin ich mir dabei auch nicht. Und hier sind echt extrem viele Pfeile drin. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch ein extrem guter Schutz dafür. Und das ist auf jeden Fall für Mobs und Spieler gut geeignet. Und ist auf jeden Fall auch krass. Und die Pfeile fällt mir auch gerade auf. Die spawnen in sind wieder. Also zu Lex sollte es auf jeden Fall auch nicht kommen. Und dann gehen wir gleich mal weiter. So. Und aktivieren am besten mal das Skelett hier. Und jetzt kommen wir auch zu den Türmen. In einem von diesen Türmen. Und hier ist das Skelett auch schon. Und das Ganze kann uns natürlich auch angreifen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ist, wenn wir das noch ein paar Mal drücken. Und okay. Denn hier können wir das nur deaktivieren. Schade. Aber das Skelett ist jetzt nur hier drin. In allen vier wäre es nochmal ein bisschen cooler. Und ich will auch mal gerne ausprobieren. So. Ich gehe hier ganz kurz mal rein. Dann in den Game Mode 0. Wie viel Damage das überhaupt macht. Und so. Ganz kurz mal in den Game Mode 0. Das hätten. Und das macht insgesamt. Okay. 2 Damage erstmal. Und wir brennen auch noch ein bisschen. Und ja okay. Nicht allzu viel Damage. Auch ohne Rüstung. Aber es bringt auf jeden Fall ein bisschen was. Und so. Dann lassen wir das Skelett hier mal wieder alleine. So. Machen das zu. Und wir könnten theoretisch auch davon abgeschossen werden. Deswegen machen wir hier am besten mal das Ganze zu. Und somit schießt das Skelett auch nur noch auf Gegner. Und nachher können wir auch übrigens noch Gegner spawnen lassen. Um das Ganze zu testen. Und ja. Dann machen wir gleich mal weiter mit der Lava. Und man sieht hier auch schon gleich. Jetzt wird Lava erstellt. Und das Ganze ist natürlich auch nochmal ein bisschen besser. Sobald wir hier drüber laufen. Kommt direkt Lava. Müssen wir erstmal uns hochbauen. Oder hier einfach durch die Lava bauen. Das Ganze ist halt nochmal ein bisschen schwieriger. Und dann gehen wir gleich mal zu den Spinnnetzen. Und hier kommen dann auch noch Spinnnetzen hinzu. Genau da unten. Und theoretisch könnte man auch die ganze Fläche aus Spinnnetzen ausfüllen. Aber zwei. Genau. In der Zwei-Reihe ist es auf jeden Fall schon. Und das ist dann auch extrem OP. Wenn dann erstmal die Pfeile schießen. Dann muss man erstmal sich hier durchbauen. Braucht auf jeden Fall ein Schwert dazu. Um diese kaputt zu machen. Und dann nochmal. Ja. Dann wird man nochmal von den weiteren Pfeilen glaube ich abgeschossen. Genau. Von den Dispensern da unten. Also ist auf jeden Fall nicht leicht. Selbst als Spieler. In so eine Base reinzukommen. Und es gibt natürlich noch ein Feature. Und zwar diese Feuerwerksraketen. Und so. Die aktiviere ich jetzt auch mal. Und die Raketen sind jetzt da vorne. Und es sieht erstens nice aus. Alle rot. Aber die machen natürlich auch einen extremen Damage. Das heißt. Das kann ich auch mal gleich ausprobieren. Ich mache das aber ganz kurz nochmal. So aus alles. Und ich glaube mal. Geht das jetzt weg. Ich denke mal. Genau. Jetzt ist alles auf einmal weggegangen. Also ich habe es nur einmal aktivieren müssen. Einmal deaktivieren müssen. Und jetzt ist alles wieder weg. Aber wir können jetzt einfach mal alles aktivieren. So. Mache ich gleich mal. Und jetzt lag es wieder ganz kurz. Und so sieht es dann gleich aus. Genau. Wenn sich alles auf einmal aktiviert. Wir machen ganz kurz mal die Sounds runter. Und wir probieren es mal im Game Mode 0 aus. Wie viel Damage das uns wirklich macht. Ich habe jetzt fast wieder Full Life. Und zum Beispiel bin ich jetzt hier schon noch nicht mal in der Nähe gerade gewesen. Also hier auf jeden Fall. Und es macht schon ein bisschen Damage. Wie man sehen kann. Also Feuerwerksraketen sind auf jeden Fall auch echt OP für so eine Base. Und ich kann ganz kurz mal so einen Apfel essen. Und ich versuche mal hier nur zu der zweiten. Also zu dem zweiten Weg zu kommen. Und man sieht hier auf jeden Fall schon. Ich bekomme jetzt schon Damage. Keine Chance. Das TNT wird mich dann auf jeden Fall endgültig töten. Das heißt selbst für einen Spieler ohne Rüstung erstmal ohne nichts. Ist es unmöglich hier rüber zu kommen. Logisch. Aber man könnte sich auch rüber bauen. Fällt mir gerade auf. Aber Gegner darf einfach keine Blöcke dabei haben. Und wenn der doch ein paar Blöcke am Start hat. Dann muss man ihn einfach mit dem Bogen nochmal in der Base abschießen. Aber auf jeden Fall ist es schon mal ziemlich cool. Alles wie gesagt im Survival möglich. Wäre natürlich extrem viel Arbeit. Und dann haben wir aber noch einen weiteren Knopf. Und zwar diesen hier. Den Zombie Knopf. Und wir können jetzt hier einmal drauf drücken. Und dann kommen hier auf jeden Fall extrem viele Zombies raus. Und somit können wir erstmal testen. Ob das überhaupt funktioniert. Das TNT wird natürlich aktiviert. Was ein bisschen schade ist. Es funktioniert natürlich nur einmal. Und jetzt werden. Ja genau. Die Zombies schaffen es natürlich noch nicht mal weiter. Also ich glaube welche Mops es weiter schaffen würde. Wenn überhaupt wäre eine Hexe. Da die natürlich in Lava schwimmen könnte. Aber ansonsten sterben hier direkt alle Zombies. Und wir können das mal ein kleines bisschen so aktivieren. Bisschen Spammen. Dass ein paar mehr Zombies da rauskommen. Und Leute. Was mir gerade aufgefallen ist. Die Zombies die gehen jetzt hier rein. Fälle den Baum. Halte links. Klick fest. Ich weiß glaube ich dass man das ausschalten kann. Aber ich glaube das war jetzt ernsthaft das ganze Video da oben zu sehen. Und Leute. Es tut mir leid auf jeden Fall. Falls es so war. Ich weiß nicht. Okay. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Abwrack. Dass es jetzt so da oben permanent erscheint. Was soll das denn? Aber ja gut Leute. Ich werde es auf jeden Fall im nächsten Video beheben. Das tut mir auf jeden Fall leid. Was ich jetzt aber nochmal ganz kurz probiere. So. Wir wollen natürlich auch ausprobieren. Ob das als Spieler klappt. Wenn wir hier ein paar Blöcke dabei haben. Also ich gehe jetzt hier erstmal mit einer vollen Dierrüstung rüber. Ohne besondere Verzauberungen. Und es macht schon mal ein bisschen Damage. Und. Oh shit Freunde. Okay. Ich muss hier erstmal ein bisschen weg. Und das TNT wird natürlich auch mir ein bisschen Schaden machen. Aber klar. Als Spieler natürlich ist es schon extrem leicht. Hier einfach mal rüber zu gehen. Aber hier glaube ich. Ja hier ist es natürlich extrem. OP. Shit. Hier bräuchte ich erstmal. So das hat jetzt niemand gesehen. Ein Schwert. Dass ich erstmal durchkomme. Und dann müsste ich hier schnell alles rausnehmen. So dass ich nicht mehr abgeschossen werden kann. Und werde ich hier immer noch getroffen. Ne hier jetzt nicht mehr. Und dann müsste ich erstmal das hier abbauen. Und wie gesagt. Das sind drei Stacks. Einfach mal. Ähm. Obsidian. Und dann wäre ich erstmal in der Base drin. Aber bei Mobs klappt es auf jeden Fall ganz gut. Und ist wie gesagt mal was anderes. Es werden auf jeden Fall noch in der nächsten Zeit extrem krasse Maps kommen. So die sichersten Basen. Und diese Maps sind einfach nur heftig. Leute wartet auf jeden Fall mal ab. Und ja falls ihr das nicht verpassen wollt. Lasst gerne mal ein Abo da. Falls ihr es auch noch nicht gemacht habt. Und auch eine positive Bewertung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten. Ja checkt noch alle Links in der Videobeschreibung ab. Wir sehen uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein. Und tschau. Weil ja auch noch nie. Vielen Dank.